Gott der Herr segne, was hier entsteht. Segne die Menschen, die hier planen, die hier spenden, die das zu ihrer Herzenssache machen. Gott segne die Menschen, die hier aus- und eingehen werden. Gott segne die, die hier ein Heim finden, die ihr Alter hier auf Erden und die die neue Kraft suchen. In einem Haus der Einkehr. So segne alle Menschen, die hier sind und kommen werden, der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.